liebe freunde des guten geschmackes heute zeige ich euch wie ihr wirklich ganz einfach seitan selber machen könnt und zwar ihr braucht nicht viel dafür 750 milliliter wasser ein kilo ganz normales mehl und eine schüssel ihr vermisst das mehl mit dem wasser und dann müsst ihr wer hätte gedacht kneten 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 und am anfang ist das ganze eine ziemlich klebrige angelegenheit allerdings merkt ihr relativ schnell wenn der teig fertig ist und zwar wenn er nicht mehr klebt ja 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 dann formt ihr daraus eine teigkugel diese teigkugel legt ihr in die schüssel und die schüssel bedeckt ihr komplett mit wasser dann lasst ihr das ganze so für zwei drei stunden oder auch länger ruhen und jetzt beginnt der witzige teil wir sind ja nicht zum spaß ihr dürft nun die ganze stärke raus waschen indem ihr das ganze einfach vorsichtig weiter knetet ihr werdet direkt merken dass das ganze ein bisschen wie soll ich sagen schlüpfrig geworden ist daher solltet ihr nicht direkt wie ein bauarbeiter anpacken sondern mit ein bisschen fingerspitzengefühl das ganze vorsichtig durchmassieren das wasser wird sich dann milchig färben dann müsst ihr das wasser wechseln das ganze wiederholt ihr dann 234 mal bis das wasser klar ist aber nicht ganz klar denn ein bisschen stärke wollen wir beibehalten für die struktur und konsistenz ihr werdet mit der zeit merken dass die masse fester wird und nicht mehr ganz so schlapprig ist auch die farbe wird sich ein bisschen ändern es wird dunkler mit der zeit wenn ihr dann soweit seid legt ihr den seitan bolle noch ein paar minütchen in ein sieb zum abtropfen herzlichen glückwunsch ihr habt euren eigenen seitan hergestellt aus einem kilo mehl kriegen wir ungefähr 250 gramm seitan und je nach gericht reicht das im schnitt für ungefähr vier personen nun könnt ihr den seitan weiter verarbeiten und solltet ihr nicht direkt zufrieden sein mit der konsistenz lasst euch nicht entmutigen ihr werdet mit der zeit eine routine entwickeln wie der seitan perfekt wird und wie ihr auch eventuell weniger dreck fabriziert denn mal unter uns bei mir sah die küche am anfang aus wie ein kolumbianisches schlachtfeld überall waren weiße flecken und spritzer zu sehen und rückstände von der stärke und am schluss habe ich euch noch mal eine preisauflistung für die zutaten was diese zum zeitpunkt des videodrehs gekostet haben und die obligatorische erinnerung den channel unten rechts mit einem klick zu abonnieren und auf das kleine klöckchen daneben zu klicken damit ihr immer über die neuesten videos hier informiert werdet gerne dürft ihr in den kommentaren kritik oder lob äußern und mir sagen welches gericht ich als nächstes nachbasteln soll oder welches produkt ihr gerne von mir getestet haben wollt